Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Limbeck.podcast Vertrieb ist Chefsache. In den kommenden 11 Minuten erwarten euch knackige Tipps und Hacks rund um das Thema Vertrieb sowie Führung, Entwicklung und Skalierung eurer Companies klar und wahr auf dem Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Limbeck.podcast.vertrieb ist Chefsache. Wir nehmen nochmal die Kunst der Kundenakquise. Ich könnte hier wahrscheinlich nicht nur 11 Minuten drüber sprechen, sondern 10 mal 11 Minuten oder 11 Stunden, 11 Tage, 11 Wochen, 11 Jahre. Ich habe früher mal so schön gesagt, welche Arten der Akquise gibt es denn? Nehmen wir mal das Thema Mailings. Ich glaube, dass wir viel zu viel mailen. Ich glaube auch, dass, ich habe dem Kunden ein Mail geschrieben, kein guter Kundenakquise-Tool ist. Es ist mal, um ein paar Informationen auszutauschen, sicherlich machbar. Aber ich suche mir immer andere, merkwürdigere Wege. Und wenn du E-Mails nimmst, dann nimm zum Beispiel, wir nutzen DAP, auch gerne hier nicht shorten oder reingemacht von meinem Team, mit unserem Affiliate-Link, wo du Videos verschicken kannst, eine Videopräsentation erstellen kannst, sehen kannst, wann der Kunde das Ganze geöffnet hat. Das ist eine mega Geschichte. Das heißt, wir machen hier eben eine gute Mailings-Rücklaufquote right now so ungefähr 1%. Dann nach wie vor einer der wichtigsten Punkte ist die Telefonakquise. Ja, die meisten scheuen ja, die Telefonakquise heißt so schön wie der Teufel das Weihwasser. Weil, ja, du kriegst den Kunden vielleicht nicht dran, ja, der ghostet dich, ja, da ist vielleicht eine Mailbox dran. Übrigens, wenn du eine Mailbox besprichst bei der Telefonakquise, ganz wichtig, nie deine Kampagne dazu sagen, gerade bei Neukunden einfach nur sagen, hallo, Herr Kunde, hier ist der Martin Limbeck, bitte mal am Rückruf 017766. Ich wiederhole nochmal, 01776688 und so weiter. Ja, damit machst du neu und gierig, weil der Mensch möchte wissen, wer ist es, was will der. Ja, und Telefonakquise ist immer noch der beste und direkte Draht. Natürlich musst du einen guten Aufhänger haben, natürlich musst du gut mit dem Kunden sprechen können. Dann hast du noch die Kaltakquise. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand bei mir an der Tür stand und geschält hat. Und ich kann mich daran erinnern, ja, selbst schon, und das ist jetzt wirklich 30 Jahre zurück, alte Husarengeschichte, will ich sie nennen, in der Kopiererbranche in den letzten Tagen, die ich dort hatte, sozusagen, sagte mir, oh meiner Mensch, endlich, dass mal wieder einer von euch kommt. Die war ja Jahre keiner, die Kopiererleute waren doch sonst hier einmal die Woche da. Also es macht kaum noch einer. Du kannst auch immer noch, wenn du mal unterwegs bist. Nehmen wir als Beispiel, ich habe gerade wieder mit einem Unternehmen zu tun, die verkaufen Melkmaschinen. Und da haben wir Training on the Job mit dem Verkäufer gemacht. Und dann hatten wir einen Termin bei einem Bauer, ich lebe ja hier in Wesel, bistlich auf dem Land. Jetzt fährst du weiter, siehst den nächsten großen Betrieb, dann kannst du mal kurz anderen sagen, schönen guten Tag, Herr Bauer-Limbeck. Ich war gerade bei Ihrem Nachbarn, ja, und habe mit ihm über das wichtige Thema der neuesten, modernen, ja, Milchmelktechnik gesprochen. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal bei Ihnen hier am Gebäude vorbeigekommen. Und heute habe ich mir vorgenommen, auch bei Ihnen mal Hallo zu sagen. Und wenn es gut läuft, kriegst man Bauern immer noch ein schönes Glas Milch und leckeres Speckbrot. Das macht nur noch keiner. Warum? Ah, ich habe doch keinen Termin, wer weiß, ob der da ist, ich störe den gerade. Reine Angst. Und du kennst ja meine Übersetzung von Angst. Annahme nicht geprüfter Situationen und Tatsachen, das ist alles, was Angst ist. Social Selling, ein großes Wort geworden. Du kannst gute Content-Beiträge bringen, eben in LinkedIn, in Xing. Xing sagen vieles gerade, so ein sterbender Ast war früher besser, wie die Skoppen da noch gab. Ist mehr auch eine Headhunting-Plattform geworden. Xing hatte übrigens mal die Umfrage gemacht und festgestellt, dass sich jede vierte Adresse einmal im Jahr wechselt. Also 25% wechseln damit ihren Job. Und so konntest du da auch immer gut eben akquirieren und mit neuen Leuten in Kontakt bleiben. Du kannst eben dort Menschen ansprechen in Social Selling. Dann nach wie vor Messen. Gar nicht unbedingt auf Messen auszustellen, aber wo gehen deine Kunden hin? Auf welchen Messen stellen deine Kunden aus oder dein Markt? Und dann kannst du, und ich mache das gerne zu zweit, auf der Messe mit einem Kollegen zusammen Messeakquise machen. Da geht es auch wirklich nur um Quantität, nicht Qualität. Was will ich auf der Messe? Ich will mir einen Eindruck von dem Kunden machen, von dem Vertrieb. Jetzt in meinem Fall, ich will sehen, wie aktiv ist der Vertrieb auf der Messe? Ja, ist es das versteckte Security-Personal? Hält der nur den Messestand fest oder ist der richtig aktiv? Ja. Und dann kann ich hergehen und nach dem Chef fragen. Der Vertriebschef ist meistens da. Ich habe festgestellt, sagt es keinem weiter. Am Wochenende meistens nicht, wenn die Messe über das Wochenende geht. Aber unter der Woche und kann direkt schauen, dass ich mit demjenigen ins Gespräch komme. Ich will doch nur rauskriegen, wie groß ist der Vertrieb? Werden die geschult? In meinem Fall, wer ist das Maß aller Dinge? Und dann zack, wenn der da ist, noch gucken, dass ich den kurz spreche, um da einen festen Termin auszumachen. Aber ich kann in kurzer Zeit auf einer Messe in meiner Zielgruppe gute Kontakte machen. Dann ein sehr teurer Weg sind Ads oder eben Leads kaufen. Es gibt Branchen, die eben hoch frequentiert sind. Finanzdienstleistung, BAV, Photovoltaik gerade. Da kriegen eben drei Leute dein Lead. Dreimal wird dafür Geld kassiert und wenn du nicht der Schnellste bist, ist der Lead dann schon weg. Hohe Kosten, wenn ich sehe, wie leicht ich da eine mitkriegen kann. Ist doch der Wahnsinn. Wir haben zum Beispiel einen Kunden gerade in der Photovoltaik. Ich betreue den auch sehr eng. Da haben wir einfach die Technik Plus 2 eingeführt. Was ist Plus 2? Team ist draußen unterwegs, installiert Photovoltaik. Plus 2. Ein Nachbar rechts, ein Nachbar links, zwei neue Kontakte gemacht. Hey, wir waren gerade hier. Sie haben gesehen, wir haben Ihrem Nachbarn Photovoltaik drauf gemacht. Wir haben uns ihr Dach angeschaut. Wäre prädestiniert dafür, soll der Vertriebener einen Termin mit Ihnen machen. Zack, schon los. Postsendung. Ich kann mich daran erinnern, ich habe einen Vortrag gehalten in Mallorca. Veranstaltungsbranche. Tolle Leute dort auch kennengelernt. Da war einer dabei mit einer großen Agentur aus Essen, Werbeagentur. Und der sagt, ich mache das schon seit Jahren. Ich verschicke einen kleinen Besen mit einem schönen Schreiben, jetzt frei übersetzt, an den neuen Marketingchef. Der hat eben auch Alerts gesetzt, Google Alerts. Du kannst Google Alerts, kannst mal googeln. Google Alerts, also Alarm für deine Kunden setzen, wenn dort ein Marketingchef wechselt oder für interessante Kunden, wo du gerne rein möchtest. Je nachdem, was dein Thema ist. Technischer Leiter, Produktionschef, Geschäftsführer wechselt. Ja, ein Alert. Und dann hat er geschickt, Mensch, hallo Herr Marketingchef, gratuliere Ihnen zu den ersten 100 Tagen. Sie wissen, das sind die wichtigsten. Ich habe Ihnen hier schon mal einen Besen geschickt, damit Sie die alten Ideen rauskehren können. Denn Sie bringen bestimmt einige neu mit. Sollten Sie mal Lust haben, das mit einem zusätzlichen Profi, nicht um Ihnen in Frage zu stellen, zu challengen, zu benchmarken, freue ich mich, wenn wir telefonieren und einen Termin ausmachen, wir in Kontakt kommen. Ich bringe Ihnen dann die Schaufel mit. Als Beispiel. Hat super funktioniert. Irgendwann hat mir einer meiner Kunden gesagt, er hat gerade einen kleinen Schuh geschickt bekommen von einem Verkäufer. Er hat gesagt, ich möchte mal einen Fuß bei Ihnen in die Tür bekommen. Also mit Postsendungen ist eine schöne Geschichte. Ich habe das jetzt gemacht, ich war bei den Familienunternehmern, 75-jähriges Bestehen. Ja, da bin ich nicht nur gewesen, weil es was Leckeres zu essen gab und ich unseren Kanzler sehen konnte. Da war mir schon klar, wie seine Rede wird. Die war so, wie er wartet. So, wie er auch eben ist. Sehr spannend. Ich meine, es ist nicht despektierlich, aber da kommt halt relativ wenig. Er hat sich da den Unternehmern gestellt, aber auch nicht wirklich so, dass du das Gefühl hast, er hat Bock, uns so richtig zu unterstützen und seht, dass wir der Motor der Wirtschaft sind. Aber es gab die ganze Adressensliste mit allen Teilnehmern. Was habe ich jetzt gemacht? Einen netten Brief, dann Limbeck Unternehmer, PS, freue mich auf Feedback zum Buch oder falls Sie mal Lust haben, zu schauen, wo wir Anknüpfungspunkte haben. Sie wissen ja, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Wir haben schöne Postsendungen mit dem Buch gemacht. YouTube könnte eine schöne Idee sein. Anwenderberichte. Du hast eine Produktionsanlage installiert beim Kunden, machst darüber einen Erfolgsfilm, was das jetzt für den Kunden bedeutet. Du machst selber einen YouTube-Kanal zu deinen Produkten, zu Fachthemen. Menschen lieben heute guten Content. Oder, so wie wir es hier tun, diesen Podcast mache ich nicht nur, schau, der Limbeck sagt seine Strategien ja auch immer, weil ich Langeweile habe, weil ich die Mutter Teresa des Verkaufens bin. Nein, ich mache das A schon, weil ich Spaß dran habe und B natürlich, weil ich auch in den letzten Jahren schon gelernt habe, dass Podcast A nochmal für meine Kunden eine Bestätigung ist. Hey, hier kann ich mir weiterhin guten Content von Martin holen und B, ich darüber neue Kunden gewinnen, die sagen, wow, ich kannte den Limbeck gar nicht. Aber das, was der da heute erzählt zum Thema Kundenakquise, das hat ja Hand und Fuß, da mache ich auch zu wenig. Also rufe ich den mal an, schreibe den mal an, weil ich die Podcast-Folge gehört habe und sage, mit dem mache ich was. Und die beste Akquiseform, die wirst du wahrscheinlich nicht erraten, das ist die allerbeste Akquiseform, um die, aus meiner Sicht, viel zu viele Unternehmer, die den Vertrieb nicht zur Chefsache gemacht haben, zulassen und nutzen, abwarten, bis sich einer bei uns meldet. Ich wäre in diesem Fall schon mittellos pleite und würde schön draußen unter der Brücke sitzen und mit anderen Kumpels mehr Penner, Glück, Lambrusco, zwei Liter aus dem Aldi teilen. Mann, 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 Mann. Ja, Akquise ist das Salz in der Suppe. Aber eine Sales-Driven Company funktioniert nur, wenn du auf Kunden zugehst, wenn du aktiv bist. Und natürlich haben wir noch das Thema Empfehlung, die aktive Empfehlung. Auch das hatte ich ja schon versprochen, werden wir hier nochmal aufnehmen, sowie auch gute Sales-Strategien. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Sachen wollt, wo ihr sagt, die interessieren mich, die hätte ich gerne im Podcast. Oder Fragen, bitte nutzt die willkommen at limbergroup.com. Nutzt sie, schickt uns das. Ja, wir verlinken ja auch immer hier unten in den Short-Note alles. Teilt das Ganze, liked es, tragt es in die Welt. Wir brauchen viel mehr mutige, vertriebsorientierte Unternehmer, weil dann haben wir gesunde Unternehmen. Dann haben wir Unternehmen, die was können. Ich habe gerade erst wieder gehört von einem Anbieter, dessen Webseite ich mega fand. Ja, mit dem besten Hook drauf. Gerade im Call mit meinem Freund Uwe, wo wir uns gegenseitig zum Vatertag gratuliert haben. Er in New York, ich hier in Wesel. Dass die gerade Insolvenz angemeldet haben, nachdem die Gründer raus sind, verkauft haben. Der Investor es leider nicht hinbekommen hat. So ist das manchmal im Leben und das war ein vertriebsorientiertes Unternehmen, die von Vertrieb gelebt haben. Du siehst also, auch das ist kein Garant, aber der wichtigste Schlüssel. Und wenn du mehr wissen willst, dann melde dich bei uns. Wir unterstützen dich natürlich. In dem Sinne, Glück auf, gute Woche. Dein Martin. Das war Limbeck.Podcast. Vertrieb ist Chefsache von und mit Martin Limbeck. Ihr wollt mehr Unternehmer und Sales-Know-how? Dann besucht Martin auf seinen Social-Media-Kanälen und auf martinlimbeck.de. Glück auf und bis zum nächsten Mal.